Beseitigen eines Papierstaus bei HP LaserJet Tank MFP 1005-1600-2600 Druckerserien Wenn Sie eine Papierstau-Fehlermeldung erhalten, führen Sie diese Schritte aus, um den Stau zu beseitigen. Auf dem Bedienfeld des Druckers werden möglicherweise verschiedene Fehlermeldungen angezeigt, die jeweils angeben, wo sich der Papierstau befindet. Der Fehler 04 zeigt das Zufuhrfach oder die Druckerbasis an. Die Fehler 05 und 42 zeigen den hinteren Bereich an. Der Fehler 06 zeigt das Ausgabefach an. Der Fehler 41 zeigt die automatische Dokumentenzuführung an. Drücken und halten Sie die Netztaste gedrückt, um den Drucker auszuschalten. Trennen Sie dann das Netzkabel und das USB-Kabel, falls eines angeschlossen ist. Öffnen Sie die hintere Zugangsklappe und die Transferzugangsklappe, um den Papierstau einfacher zu beseitigen. Achtung! Wenn ein Papierstau vorliegt, entfernen Sie kein Papier über den hinteren Bereich des Druckers. Entfernen Sie das gesamte Papier aus dem Zufuhrfach und dem Ausgabefach. Hinweis! Wenn Sie nach jedem in diesem Video beschriebenen Schritt ein eingeklemmtes Blatt Papier finden und entfernen, schließen Sie das Netzteil wieder an und versuchen Sie, eine Seite zu drucken. Wenn Sie immer noch dieselbe Fehlermeldung erhalten, ziehen Sie das Netzteil ab und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Schritt 1 Beseitigen eines Papierstaus aus dem Ausgabefach und dem hinteren Bereich Heben Sie die Scannerklappe an, um auf das Ausgabefach zuzugreifen. Wenn sichtbares gestautes Papier vorhanden ist, fassen Sie es vorsichtig, wenn möglich mit zwei Händen, und ziehen Sie es langsam horizontal heraus, um es aus dem Drucker zu entfernen. Lassen Sie die Transferzugangsklappe und die hintere Zugangsklappe geöffnet, während Sie den Stau beheben. Wenn der Papierstau vom Ausgabefach aus nicht sichtbar ist, jedoch an der Rückseite des Druckers sichtbar ist, führen Sie folgende Schritte aus, um den Stau zu beheben. Achtung, berühren Sie die Tonertrommel nicht, da dies zu dauerhaften Schäden an der Trommel und zu Defekten bei zukünftigen Druckaufträgen führen kann. Wenn das Papier sowohl im Transferbereich als auch in der Druckerbasis eingeklemmt ist, halten Sie die Seitenkanten des Papiers fest und beheben Sie den Papierstau zuerst von der Unterseite und dann von der Transferwalze. Verwenden Sie beide Hände und entfernen Sie den Stau langsam aus dem Drucker. Wenn der Stau behoben wurde, schließen Sie die Transferzugangsklappe und die hintere Zugangsklappe. Schritt 2 Beseitigen eines Papierstaus in der automatischen Dokumentenzuführung Dieser Schritt gilt nur für Drucker mit automatischem Vorlageneinzug, kurz ADF. Entfernen Sie loses Papier aus dem Zufuhrfach des Vorlageneinzugs und öffnen Sie die Papierstauabdeckung. Wenn sichtbares gestautes Papier vorhanden ist, fassen Sie es vorsichtig, wenn möglich mit zwei Händen, und entfernen Sie es langsam aus dem Drucker. Schließen Sie die Zugangsklappe für Papierstaus. Schritt 3 Beseitigen eines Papierstaus aus der Druckerbasis Drehen Sie den Drucker vorsichtig auf die Seite. Ziehen Sie die blaue Verriegelung zur Vorderseite des Druckers, um die untere Abdeckung zu entriegeln. Ziehen Sie dann die untere Abdeckung nach außen und entfernen Sie sie. Wenn sichtbares gestautes Papier vorhanden ist, fassen Sie es vorsichtig, wenn möglich mit zwei Händen, und entfernen Sie es langsam aus dem Drucker. Schritt 4 Einzugswalze reinigen Das Reinigen der Einzugswalze im Drucker trägt dazu bei, zukünftige Papierstaus zu vermeiden. Halten Sie dazu folgendes bereit. Ein sauberes, fusselfreies Tuch und destilliertes oder abgefülltes Wasser. Feuchten Sie das Tuch leicht mit Wasser an und bringen Sie überschüssiges Wasser aus. Mit dem Drucker an der Seite und der unteren Abdeckung geöffnet. Drücken Sie das Tuch gegen jede Walze und drehen Sie sie mit den Fingern von sich weg. Wenden Sie genügend Druck an, um jegliche Ansammlungen von Staub oder Schmutz zu entfernen. Warten Sie etwa 10 Minuten, damit die Einzugswalze vollständig trocknen kann. Ziehen Sie die blaue Verriegelung zur Vorderseite des Druckers und setzen Sie die untere Abdeckung in einem Winkel ein, um sie wieder in Position zu bringen. Lassen Sie dann die blaue Verriegelung los, um die Abdeckung zu verriegeln. Drehen Sie den Drucker vorsichtig wieder in seine ursprüngliche, aufrechte Position. Schritt 5 Setzen Sie den Drucker zurück. Ziehen Sie bei eingestecktem und eingeschaltetem Drucker das Netzkabel vom Drucker ab. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 60 Sekunden. Verbinden Sie das Netzkabel erneut mit der Steckdose und dem Drucker. Hinweis HP empfiehlt, den Drucker direkt an eine Steckdose anzuschließen. Schalten Sie den Drucker ein, um das Zurücksetzen abzuschließen. Wenn bei Ihrem Drucker immer noch derselbe Fehler auftritt, müssen Sie ihn möglicherweise warten lassen. Wenden Sie sich unter Support-HP.com-Kontakt-HP an den HP-Kundensupport, um eine Reparatur oder einen Austausch zu vereinbaren. Klicken Sie auf die Registerkarte mit den Wiedergabelisten in YouTube, um HP-Videos in anderen Sprachen zu finden. Suchen Sie auch in unserem Kanal nach offiziellen HP-Support-Videos. ... ... ... ...